Willkommen zu einer weiteren Einheit dieses Kurses über die Grundlagen der Statistik in Excel. Dieses Mal mit einer Einheit über die Normalverteilung. Für die Normalverteilung habe ich eigentlich immer zwei Kennzahlen. Das ist einmal hier der Mittelwert µ und die Standardabweichung σ. Zusätzlich, wenn ich jetzt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit ausrechnen möchte, rechne ich die wie hier meistens als Wahrscheinlichkeit x kleiner gleich einem bestimmten Wert. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal hingehe und sage, mein Mittelwert liegt bei 4, meine Standardabweichung bei 1 und ich möchte jetzt wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich 3 ist, also hier ein k von 3 habe, dann kann ich das relativ einfach machen, beziehungsweise ich kann es auch auf zwei Arten lösen. Wenn ich nämlich hier anfange mit gleich und dann norm, dann sehe ich hier schon zwei verschiedene Verteilungen. In der alten Fassung war es nur norm fährt. Hier habe ich normverteilung, Normalverteilung und norm s-Verteilung. Das hier ist unsere Standard-Normalverteilung. Bevor ich da drauf aber eingehe, machen wir das erstmal mit dem normalen, mit dem Normverteilung, also mit der Normalverteilung. Wenn wir dann die Klammer öffnen, sehen wir, er möchte zunächst drei Werte von uns. Das, was er hier klein x nennt, das ist bei uns das k. Dann möchte er den Mittelwert gegeben haben, das ist der Wert hier, und die Standardabweichung. Und dann möchte er als Ende noch was zum Thema kumuliert haben. Hierbei unterscheidet er zwischen der Wahrscheinlichkeits- oder Dichtefunktion und der Verteilungsfunktion. Das, was wir hier eigentlich nur sinnvoll ausrechnen können, weil wir können zwar einen Wert für die Dichtefunktion bestimmen, für unsere Wahrscheinlichkeiten macht es aber keinen Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit von einem konkreten Ereignis, Normalverteilung ist eine stetige Verteilung, ja immer Null ist. Dementsprechend macht es für uns im Rahmen der Normalverteilung immer nur Sinn, Werte der Verteilungsfunktion auszurechnen. Also schreiben wir immer ein Wahr hier rein. Das heißt, wir sehen in diesem Fall, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Wert bekomme, der kleiner ist als 3, ist in dem Fall 15,87%. Das ist eine Möglichkeit, wie gesagt. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass ich zunächst hingehe und jetzt meine einzelnen Werte standardisiere, beziehungsweise einzelne Werte, diesen Wert 3 hier standardisiere. Wie kann ich das machen? Indem ich den Wert selber nehme, davon den Mittelwert abziehe und das Ganze durch die Standardabweichung teile. Dann bekomme ich hier einen Wert von minus 1. Und jetzt kann ich diese andere Funktion, die wir gesehen haben, nutzen, dieses Norm S-Verteilung, weil ich ja jetzt einen standardisierten Wert habe. Dann sehe ich auch hier, hier möchte er nur den standardisierten Wert haben und die Info kumuliert ja oder nein. Also hier war auch wieder. Dann sehe ich, dann komme ich damit auf genau das gleiche Ergebnis wie vorher. Jetzt kann ich hier auch ein bisschen rumspielen. Kann ich zum Beispiel die Standardabweichung erhöhen und sehe ich, letzten Ende spielt das überhaupt gar keine Rolle. Ich komme in beiden Ansätzen auf genau das gleiche Ergebnis. Das ist eine Möglichkeit, mit der Normalverteilung zu rechnen. Und das ist die Frage, wenn ich immer sage, ich habe eine normalverteilte Variable, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Das. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich genau das Gegenteil brauche. Wir erinnern uns an Konfidenzintervalle. Bei Konfidenzintervallen brauche ich zum Beispiel diese Z-Werte. Z 0,95, Z 0,975 und so weiter. Wie bekomme ich jetzt diese Werte? Die kann ich auch relativ einfach bestimmen. Gehen wir mal hin, machen das Ganze mal für Z 0,975. Und zwar kann ich das hier machen mit der Funktion norm.inv, inf, für Inversen Normalverteilung. Das heißt, hier berechne ich keine Wahrscheinlichkeit, sondern hier gebe ich die Wahrscheinlichkeit vor. Und jetzt kann ich da zwei Sachen mitmachen. Auch wieder, ich nutze das Normale. Da möchte er zunächst die Wahrscheinlichkeit haben. Die muss ich dann in dieser Komma-Schreibweise angeben. Und dann möchte er einen Mittelwert und eine Standardabweichung gegeben haben. Wenn ich ihm die angebe, liefert er mir hier das entsprechende Perzentil der Standard Normalverteilung. Der Normalverteilung. Wenn ich jetzt alternativ hingehe, und das ist der Teil, den wir ja eigentlich immer bei den Konfidenzintervallen nutzen, da brauche ich das entsprechende Perzentil der Standard-Normalverteilung. Und das kriege ich hier auch hin. Nehme ich einfach zwischen das norm und das inf noch ein s-Setzer. Und dann braucht er hier auch nur die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, hier reicht es ihm, wenn ich ihm sage 0,975. Ich mache das zu. Und dann kriege ich hier das entsprechende 0,975 Perzentil. Und das ist, wenn wir uns angucken, gerundet genau die 1,96, die man auch kennt. Genau das Gleiche. Wenn ich das jetzt für das 95er mache, kriege ich die 1,6449, die man eventuell auch aus den Tabellen kennt. Das heißt, auch hier kann ich entsprechend zum Beispiel Konfidenzintervalle, aber auch die Referenzstatistiken für meine T-Tests, beziehungsweise wenn es kein T-Test ist, wenn es ein Gauss-Test ist, bestimmen. Alles über dieses norm.inf oder norm.s.inf. Ja, und das wären dann auch die zwei Teile der Normalverteilung, die ich hier ansprechen wollte. Einmal, dass ich eine Wahrscheinlichkeit ausrechne, wenn Mittelwert, Standardabweichung und entsprechend gesuchter Wert gegeben sind, für die normale und für die Standard-Normalverteilung. Und wenn ich ein entsprechendes Perzentil der jeweiligen Verteilung berechnen möchte, also genau den gleichen Weg rückwärts gehe. Wenn Sie weitere Aufgaben in dem Stil sehen wollen, beziehungsweise andere Aufgaben, die zu dem Zugehörigen Arbeitsbuch gehören, schauen Sie doch in die entsprechende Playlist. Ich sage bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.